Hallo Leute, herzlich willkommen zur Filmbewertung von dem Film NOPE. Worum geht es in diesem Film? Ja, in diesem Film geht es um eine schwarze Familie, die eine Ranch bestreibt über viele Generationen hinweg. Und auf diesem Gelände passieren hin und wieder aber vermehrt merkwürdige Dinge. Und zwar der große Auslöser, den man in diesem Film halt sieht. Ist halt, dass der Vater von der Ranch auf einem Pferd sitzt, sich mit seinem Sohn unterhält. Denn diese Familie betreibt nicht nur die Ranch, sondern sie trainiert auch Tiere für Werbung, Filme etc. Und dieser Vater reitet gerade auf einem Pferd, während ein merkwürdiges Geräusch vom Himmel kommt. Und diverse metallische Gegenstände auf den Boden fallen. Von einem dieser Gegenstände wird der Vater auch getroffen und der Sohn bringt ihn auch direkt in ein Krankenhaus. Das natürlich mehrere Kilometer entfernt ist. Der Vater verstirbt leider. Der Vater verstirbt leider. Und ja, damit nimmt das Ganze so ein bisschen seinen Lauf. Der junge Mann muss die Ranch jetzt alleine betreiben. Kriegt ein wenig Unterstützung von seiner Schwester. Und sie haben auch schon einige Tiere an einem, ja, nachbarschaftsliegenden, in Anführungsstrichen, Western-Themenpark oder Western-Kulisse, wie auch immer man das nennen möchte, auch schon mal verkauft. Und ja, aber das Ganze nimmt mehr und mehr immer mehr Ausmaße an. Und es passieren auch immer mehr merkwürdige Dinge, bis sie dann auf die Idee kommen, ein paar Kameras auf die ganzen Ranch zu verteilen. Und sie gehen dann in einen Elektroladen, wo sie auf einen Mann namens Angel Torres treffen, der ihnen natürlich gerne hilft, diese Kameras zu positionieren. Und da fallen ihnen dann doch ein paar sehr, sehr merkwürdige Dinge auf. So viel zur Story. Was kann man dazu sagen? Also, man muss sagen, alle Schauspieler sind interessant besetzt. Es gibt auch eine kleine Rolle, die von einem Steven Yeun gespielt wird. Wir kennen ihn wahrscheinlich als Glenn von The Walking Dead. Und der Baseballschläger lässt grüßen. Und eine Rolle, die fand ich richtig interessant besetzt, und zwar die von Angel Torres. Da hätte ich gerne einen Chris Pratt gesehen. Ich weiß nicht warum, aber da hätte ich gerne lieber einen Chris Pratt gesehen als den Originalschauspieler. In der Name fällt mir jetzt gerade nicht ein. Auf jeden Fall, ja, das ist so das, was ich so anzumerken habe. Aber was auch richtig gut war, war der Ton, der von oben kam. Also, ich habe den Film in IMAX gesehen und der Ton kam von oben. Also, da hat sich der Tonmischer auch richtig was einfallen lassen. Das war richtig stark. Auch so die, teilweise kamen ein paar Jumpscares da rein und so. Und, ähm, ja, also das war schon richtig gut gemacht. Und von daher bin ich diesem Film eigentlich sehr positiv gesonnen. Also, gut, es gab dann diese eine einzige Szene, wo ich sagen muss, boah, Leute, ihr habt zwar was Tolles versucht, was Neues zu machen. Nicht die alten Geschichten aufzuwärmen. Aber das Wii, die das gemacht haben und die Umsetzung und das alles, das hat mir absolut gar nicht gefallen. Und da muss ich dann auch natürlich sagen, ähm, ja, nee, also, hat mir gar nicht gefallen. Aber ich kann es euch jetzt nicht sagen, ohne die Story zu spoilern. Von daher, wenn ihr das wissen wollt, schreibt es unten in die Kommentare rein. Und dann schauen wir doch mal, dass ich dann groß Spoiler schreibe. Und wer sich das dann anschauen möchte, kann sich das dann anschauen. So, was ich dem Film für eine Bewertung gebe, das sage ich euch nach dem Werbeblock für meinen Shop. Hallo Leute, hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es vieles von euren Lieblingsstreamer und Content Creator. T-Shirts, Tourenbeutel, Hoodies und vieles, vieles mehr. Geht auf den Link in der Videobeschreibung und holt euch eure Produkte. Hier gibt es jede Menge. Schaut es euch an und kauft fleißig ein. MC Rossi Shop, alles, was ihr braucht. So, da sind wir jetzt auch wieder. Ja, kurz zusammengefasst, der Film hat Humor, der Film hat eine interessante Story, der Film hat interessante Charaktere. Der Film hat einen guten Ton, also, wenn ihr den Film euch anschaut, schaut, dass ihr in einen Kinosaal kommt, der auch von oben Ton hat. Es lohnt sich. Und auch, gerade so, hintere Lautsprecher werden auch öfters mal angesprochen. Sehr gut, sehr gut. Der Tonmischer hat wirklich versucht, das alles so stimmig wie möglich zu machen vom Ton. Also, von daher, also, der Film ist echt gut. Nur diese eine einzige Sache, die stört mich. Und deswegen, weil der Film sonst richtig gut ist, gebe ich dem Film 4 von 5 Totenköpfen. Weil, ähm, der Film macht Spaß. Der Film hat, ähm, genau das, was er will. Eine schöne Mystery Story, so besser gesagt. Und, ähm, bringt das alles auch richtig gut rüber. Also, das passt. Das passt soweit. Ja, nächste Woche bin ich für euch auch wieder im Kino. Ich glaube, der Film heißt Gesang der Flusskrebs oder irgendwie sowas. Klingt ein bisschen weird. Aber soll irgendwie so eine Romanvorlage sein. Aber schaue ich mir mal an, weil ist eh nichts Besseres gerade, was da läuft im Kino. Von daher gucke ich mir dann mal den an. Und dann schauen wir mal, was ich euch nächste Woche darüber zu berichten habe. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Bis demnächst.